In der Action-Komödie «Der Spion und sein Bruder» wird der MI6-Killer Sebastian während einer Mission völlig unerwartet vom Familienmitglied Nobby Butcher aufgespürt. Halt dich! Wer zum Teufel bist du? Mein Bruder! Ich suche dich seit 28 Jahren und jetzt habe ich dich gefunden. Oh mein Gott. Wie wäre es mit einem Kuss? Nicht auf den Mund, ich bin nicht aus London. Es gibt keine Umarmung, keine Kaffee und auch keine Kuchen zur Wiedervereinigung. Weil Nobby den Einsatz von Sebastian ruiniert hat, gibt es jetzt nur noch eine Option und zwar die Flucht. Aber sogar die geht in die Hose. Mein Knöchel! Meine Flasche! Runter von mir! Der Knöchel ist zerschmettert, du musst mich tragen! Komm, ich nehme dich auf die Schuld! Entschuldigung! Auf der Flucht decken die beiden Brüderen zufällig einen verheerenden Keimplan zur Zerstörung der Welt auf. Und die Menschheit und seinen Brüdern zu retten ist Nobby zwungen, seine wenigen Hirnzellen zusammenzutrommeln und sich vom nutzlosen Tollpatsch in einen raffinierten Keimagent zu verwandeln. Okay Nobby, verführ die Agentin im grünen Kleid. Du erkennst sie sofort. Sie ist umwerfend. Oh nein, sie ist umwerfend. Wollen Sie Zimmer sauber? Von oben bis unten. Verkörpert wird Nobby von keinem geringerem als dem Borat- und Bruno-Schöpfer Sacha Baron-Cone, der sich im Interview einiges mehr in seiner Rolle präsentiert und als erstes unsere Reporterin anmacht. Hier kannst du lange warten, Nobby. Bring du deiner aktuellen Bettnachberin gescheitert zuerst ein wenig Anstamm bei. I'm sorry, she's done it. She had a little accident. We had a lot of alcohol and a bit of drugs and some Indian food and I'm gonna have to give her a brown card. Wir lassen uns von diesem Zwischenfall nicht verschrecken und wechseln zu der Ehefrau von Sacha Baron-Cone, der Ayla Fischer, die im Zimmer Nebendran Interviews gibt. Die 40-jährige Schauspielerin verkörpert im Film die Sekretärin von den Butcher-Brüdern. Ich spiele eine Art Moneypenny aus dem James-Bond-Universum, die Sebastian über Pläne der Terroristen auf dem Laufenden paltet. Es ist eine nicht ganz undankbare Rolle, aber wäre mein Mann nicht dabei, hätte ich sie sehr wahrscheinlich nicht angenommen. So, so, verrübeln kann man es der Frau Fischer aber nicht. Im Gegensatz zu ihrem Mann, die von einer Action-Szene zur nächsten stolpert, muss ihre Figur vor allem im Büro sitzen. Unsere Prognose lautet, der Spion und sein Bruder ist zwar nicht ganz so originell oder einfallsreich wie die letzten Agentenparodien wie Kingsman oder Spy, wird aber dank Sacha Baron-Cone genauso viel Spass liefern. Seine Figur ist dreckig, pervers und einfach anders. Das gibt drei von fünf Schirmchen. Das wird dort machen. Untertitelung des ZDF, 2020